Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Genshin Impact. Was haben wir noch zu machen? Wir haben eine Nachricht. Dankesbrief? In Playstation Gaming ist der zweite Platz für Spielmusik. Achso, da kommt jetzt jeden Tag eins oder was? Cool. Ich finde es sehr gut. Ich zufrieden. Was wollen wir eigentlich jetzt machen? Scheiße. Wir haben noch ein paar Sanktionssachen vom Schatten im Schneesturm. Was haben wir jetzt da noch? Vier? Zwei. Drei. Drei. Okay. Machen wir erstmal das. Weil die sind echt cool. Schade, dass das so viele Kampfdinger müssen. Weiß ich nicht. Ich bin irgendwie erst für sowas. Aber jetzt kommt er dann eh dann in 2.4 soll er dann wieder ins chinesische Neujahrsfest kommen. Beziehungsweise das Laternen in Retour. Oder war es das Laternenfest? Ich glaube das Laternenfest. Das ist einfach nur geil. Ich liebe es. Hä? Hä? Warum ist das jetzt weg? Was? Ohh? Was? 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 Lön, 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 lön. Äh! Oh, loop. Lass mal los, und loop. Äh. Oh, warte, das sind ja so Dinger, wo man... Ah, nein! Die sind neu und scheiße. Hui. Gold? Ich hab Gold, Alter, ich bin gut. Ich muss immer Gold haben. Okay. Herausforderung beenden. Oh, ja. Weil ich auch glaub, dass es einfach nur relativ einfach ist. 30. Ja gut, da bin ich 5000 drüber gewesen. 33. 33. Ah, okay, das sind nur 4. Zu heraus verdrungen. Ich bin... Ich find gut, dass die Dinger platziert haben. Neber die Teleporter. Das machen leider nicht oft, wenn nicht immer alle. Und woop. Ich hab ich das gelich. Hä? Ah, jetzt hat... Ups. Und weiter. Ah, nein, 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 nein. Ich habe mich zu sehr drauf anlassen, dass ich das erwische. Nein, immer noch scheiße. Fuck, ich hätte warten sollen bis... Warte, ich sehe meinen Schatten da gar nicht. Shit. Eisige Ernte? Blutrotes Verlagen. Wupp. Wupp. Und wofür Punkte? Okay. 33 bloß. Buh. Buh. Du bist scheiße. Halt, warte, jetzt bin ich. Du bist schlecht. Sehr gut, gefällt mir. Nein, das sind sogar vier, ne? Verdammt. Ey, das ist ja auch direkt neben Te... Die vorher waren noch nie neben dem Teleporter, oder? Oder vielleicht auch schon. Das war jetzt eh nur das... Eiszeug wegkauen, ne? Und... Wupp. Das ist ja doch nix, ne? Ah ja, da. Ne, es sind acht. Alter, wo ist der Rest? Scheat. Äh. Äh. Da. Uh. Fies versteckt. Bloß die Frage, wo der letzte ist. Ja. Alter, geh mir jetzt nicht auf die Lust, etwa. Halt, warte, ich muss mich ja nicht mehr beeilen. Na, warte. Warte, ich muss mich ja nicht mehr beeilen. Woah. Ah. Oh, das tut tut. So, ihr klein Penner. Jetzt ist bloß die Frage, wo das letzte Ding ist. Wo ist denn der Eis? Zapfen, Eis, ZapfenВы Das Sir, ist eine sehr gute Frage Was Ist'N das Achsoakhino fuera s Fischding Wo ist denn nur dieser Eis? Zapfen, Eis, Zapfen Oh Ganz offensichtlich da drüben Tomo Geh mir nicht auf die Nüsse jetzt da, du Wallinokla, Wallinor. Ah, nein. Na gut. Und, äh, weiter. Einsammeln. Okay, da ist eins, wo nicht gleich neben einem Teleporter ist. Jetzt bin ich zu verwöhnen. Jetzt können sie das auch nicht mehr machen. Was soll denn das? Und jetzt wieder der Moment, wo ich am liebsten von oben schießen würde. Hui. Das könnte man eigentlich auch machen, ne? Oh, eins. Äh, ich seh nix. Wo ist denn der Rest? Ähm. Da ist nur eins. Eins fehlt noch. Da. Puyakasha. Dum 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 dum. Meister Bogenschütze. Meister. 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 Das ist der Meisterkleister. Ja, ja, ich weiß, das ist jetzt nicht das spannendste, aber das müssen wir auch machen. Das könnte alles dazu. Man muss schon den einzigen Vorteil sehen, was man am PC hat, ausnutzen. Okay. Warte, da ist noch einer. Beer. Schweinerei. Und ich. Ich hab mich noch so gut gefühlt. Weil ich einfach nur so geil bin. echt viele primos was man da so kriegt da fliegen wir von oben runter primos achso das ist wahrscheinlich ein altes was ich schon gemacht habe vermutelicke ja ich habe dieses wort gerade erfunden vermutelicke weil ich einfach doof bin absturz gefahr im verzug weiter sich die eisdinger schon das ist einfach nur da ist es gleich wieder auf die beste position setzen ok zwei fehlen noch könnten denn die sein fuck die schien wahrscheinlich entweder ist einer hinter diesen baum naja sei doch einer ist in einem baum und einer ist da bevor die zu mir können bin ich schon wieder weg niemand wird mich kriegen ihr müsst schweine keine kann ich das vorausgehenden spezial trainings ach so ich vergesse immer dass ich das fünf wenn ich machte er nicht gemacht hat ich hoffe bis heute immer noch zu fallen mir noch mal so ein drachensperr oder 1 oder 2 zu bauen Oh nein was ist denn das denn schon wieder? A 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 au a 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 ya a a b a a a a a Und, hä? Oh, da. So. Wow. Get out of the bus stop. Oh, so. Wow. Was ist denn du da? Stark. So. Das ist Homma. Das krieg ich einfach bloß zu abschließen. Na ja. Hä? Die ersten waren alle neben Teleporter und jetzt hat nimmer. Der hat mich gehört. Die haben mich gehört und haben es noch schnell geändert. Wurde den Patch runtergeladen, während ich das gemacht habe. Ups. Ah, ich bin immer noch gespannt auf das nächste Ding. Auf die neuen Charaktere. Jetzt kommt dann erstmal Ito. Der mir nur semi gut gefällt. Also ich meine vom Charakter her scheint da ganz cool zu sein. Und ich erzähle das glaube ich immer wieder, ne? Aber irgendwie würde ich ihn schon haben. Vielleicht habe ich ja doch irgendwann Lust drauf, die zu spielen. Das ist immer so dieses... Äh. Was ist denn das? Achso, das ist die andere Zeit. Ne, ja. Oder? Oh, das ist einfach irgendeine Zeit herausforderung. Ich finde es immer doof, wenn es Wolfsgeheul gibt, aber keine Wölfe. Eigentlich wird doch der erste Platz. Was ist dir das? Wie läuft es in Stutten? Das ist natürlich einander, was ich nicht mehr genau zu sehen. Und wo? Und wo? Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja. Hier. Ich bin ja. Aber die Halle. Ich bin ja alles. Ich bin ja. Und... Jetzt weißt du, die voll easy versteckt. Ich hab' den Party, hab' ich fast überhaupt nicht gefunden, weil ich... Wahrscheinlich blind bin, aber... Ah, komm, jetzt hör mal auf, jetzt doch. Oh, jetzt häng ich an dem Arschlochstein. Und das Vorletzte, was wir noch machen müssen. Oh, er hat auch Vorletzte. Und da. Hä, diese Eisfutzis sind schon nervig. Natürlich schön, da unten den man Fatui platziert, oder? Ist der da? Oh nein, der ist sogar weg. Und werde ich es treffen? Oh, hab ich sogar. Ja, das sind die Stellen, wo ich mir denke, ich bin schon echt gut, Mann. Und dann denke ich mir, ja, aber es ist nichts wert. Weil der mich einen Stein hauen kann. Äh, so. Und da hinten noch. Mach das eigentlich was? Ich hab vergessen, ob das was ausmacht. Oh, das macht gar nichts aus. Ich dachte, dass das ganze, die ganze Leiste wär bis auf'm Stück. Hä? Oh, der wär das gewesen. Boop. Ja, ich weiß, bei denen bringt's eigentlich nichts, aber... Wenn ich die kleinen hält's mir vom... Alter, wo kommst jetzt du her? Hä? Hä? Da bin ich jetzt eigentlich vor... ...diesern scheiß still? Und die letzte Aktion Ich bin hinter dem Ding Fuck ich dachte ich bin oben auf dem Hügel So Jetzt aber Hey wo ist denn das? Klar Weil hier schon überall die Dinger sind Da ist eins Da ist da noch eins aber da müsste hinten auch noch eins sein sehr schön Ich weiß schon gar nicht mehr was das eigentlich gemacht hat außer dass das Das Eis irgendwie abhält Alter jetzt gibt es ja wieder das Meme Oder es wurde mal wieder ein Meme benutzt Dass der angeblich Äh Paiwon tot ist Ihr kennt's ja Welcher dem Bild was wir jetzt bekommen haben Weil da bauen jetzt welche in ihren Kannen halt Nein warte der Typ muss weg Da bauen sie halt äh Gedenk Gedenkstätten oder sonst irgendwas für Boah Nein hör jetzt auf Ach komm ey alter Ich bin an dem vorbeigelaufen Er trifft mich halt trotzdem Komm Wir können es tun Weißt du ich bin Das erste Mal seit Ewigkeiten vor dem kleinen Drecks Schleim getötet worden So und jetzt sind wir endgültig fertig Saisonaufträge Mit 2000 Schneegleitabzeichen Ja aber das ist mir momentan eigentlich egal Ich sammle halt noch ein was ich kriegen kann und fertig Momentan ich mag die Geschichte weiterspielen aber es ist nicht gerade nicht so dass ich sage jetzt okay alter ich muss jetzt da alles haben Äh eintauschen Jetzt müsste ich eigentlich alles nehmen können was ich da was da zum holen gibt ne Weil im Normalfall kommt genau das raus was ich holen kann Ja genau noch 180 pass ich glaube ich habe ihn alles cool oder doch habe ich auch Oder Doch ja ausverkauft alles cool das sind wir offiziell komplett fertig mit Schatten im Schneesturm Ähm War ganz witzig Dann hätte ich jetzt mal gesagt Ähm Warte mal jetzt müssen wir erst aktivieren ne Wir machen mit Dem Zeug weiter Beidogoro Ja auf jeden Fall mit Beidogoro 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 Was hier oben muss ist ein 3 Teil ergeben Besonderer Gast Spiel Vorsitzenden 1 Klieg 2 Klieg 2 Klieg 3 Klieg 3 Klieg 1 Klieg 3 Klieg 3 Klieg 3 Klieg 1 Klieg 2 Klieg 2 Klieg 3 Klieg 4 Klieg 3 Klieg Ha 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 Na schau wie witzig Ahoy der Klieg Das ist was ich habe gehört Der Kaptain hat ziemlich die Augen für Menschen Es sollte nur ein Gespräch mit dem Elektro-Archon sein. Schau an dich, du bist so modest. Wir alle wissen, was du getan hast, um die Liyue-Harbor zu beschützen. Ich habe gehört, dass sie uns... Ich würde sagen, jemand von deinem Kapitän... Hey, ich war überrascht, du wärst zu beschäftigt, um zu kommen. Oh, der Kapitän auf dem Deck! Ah, Kapitän, wir wollten nur mit dem Traveller reden, um die Crew zu sein. Ja, komm mal, Kapitän Beto! Oh, er ist auf dem Deck. Ja, okay. Also, es geht mit dem... Keine Wahrheit über das... Aber dann wieder... Also, ein Hero? Oh, das wäre der... Oh, äh... Erinnern... Ist das nicht, warum jeder hier... Ja. Ich glaube, ich würde fast... Ich würde sagen, dass ich hier... Ich würde sagen, dass du das in den Kopf hast. Ich bin glücklich, dass du gekommen bist. Willkommen zurück auf dem Deck. Die hat nämlich auf, dass sie dazu befreit hat. Du bist wirklich klug? Ha, ha, ha. Danke. Ich nehme das. Einige Räume haben es, dass der Leiter der Crux so stark ist, dass sie den leviathan Heishan schlafen könnte... ohne einen Schlafen zu spüren. Ja, ja, da... Wir können nicht zu viel in meine eigene Reputation, aber... Das ist sicherlich nicht so, wie die Crux es heute ist. Als Hauptmannschaft, meine Aufgabe ist, dass wir uns auf dem richtigen Weg zu halten... egal wie turbulent die Seine werden. Aber dann wieder, die Crew ist nicht immer so rief. Das ist nicht, dass sie arrogant sind, sie nur mit ambitionen, das ist alles. Seine Erinnerung heute kommt von ihrem großen Respekt für dich. Both deiner Kraft und deiner Charakter. Also, bitte, nicht den falschen Weg. Oh, ist das so? Na ja. Na ja. Es ist einfach so passiert, dass wir ein Rekrutement und Training für neue Crewmitglieder machen... während wir zurück sind. Es wird eine erste Chance, das Leben eines Schlafen zu lernen. Wenn du interessiert bist... dann kommst du nicht und erst einmal ein Schlafen zu erleben. Ich bin sehr interessiert, ob du den Meer in der Stürme stehst... in der gleiche Weise, wie du auf dem Land hast. Es ist ein bisschen arrogant zu sagen, dass ich große Wellen schlage. Eher kleine Wasserplatsche. Dann ist es an der Zeit, um es zu lernen. Gut, komm mit mir. Ich habe etwas Interessantes für dich zu sehen.